Fuck! Na, wer denkt sich so einen beschissenen Namen aus? Aber... Gott! Fuck! Ein beschissener Clickbait-Titel. Oh nein, ganz und gar nicht, denn es ist ganz einfach. Schritt Nummer 1. Ihr nehmt euren Gaming-Rechner. Schritt Nummer 2. Ihr schmeißt ihn einfach auf den Müll. Nalixi! 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 Hey, ihr undankbaren, alles für selbstverständlich nehmenden und nicht wertschätzenden Penner! Und willkommen zu einer neuen Befriedigung eures Voyeur-Wahnsinns meinerseits. Heute möchte ich euch etwas zeigen, das klein, kompakt, flach, aber trotzdem richtig geil ist. Wehe, mir kommt jetzt einer mit Pimmelwitzen. Dann heute geht es um... Ach, so viel Zeit muss sein. Nein! 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 Da! Das Asus ROG. Sephirus... 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 GX5... 100... Wer denkt sich so ne beschissene Namen aus? Asus Republic of Gaming. Sephirus... Sephirus... GX501V. Warum nicht einfach Dattelkiste 1? Gott, stellt euch vor, eure Mutter schreibt euren Wunschzettel auf. Ich hätte gerne ein Asus ROG Sephirus GX501 Wii Gaming Notebook. Peitsche. Was soll's. Zumindest geht es heute um ein 18mm dünnes Notebook. Das die Welt noch nicht gesehen hat. Wobei, nein. Eigentlich geht es eher darum, was da drin steckt. Denn es gibt seit ganz kurzer Zeit etwas ganz Neues von Nvidia, das mir immer noch nicht in den Schädel möchte. Dann ist es so. Die haben es geschafft, dieses Riesending hier in dieses kleine Teil zu stecken. Nochmal. Dieses Ding da rein! Ja, wer jetzt Vergleiche zu Filmchen zieht, in denen überdurchschnittlich stark bestückte Männer versuchen, mit viel zu eng bemessenen Frauen den Akt der Nichtliebe zu vollziehen, der hat verstanden, dass es in meinem Kopf manchmal echt lustig ist. Wobei, was heißt manchmal? Viel zu oft. Aber Alex, wie zum Cust-Fuck soll das gehen? Eine echte High-End-Grafikkarte in einem Notebook? Die Antwort lautet Max-Q. Oder auch Gaming-Notebooks dürfen sich endlich Gaming-Notebooks nennen. Hallo? Meine Nase ist so schmierig, ich habe eine Spur hinterlassen. Und sie müssen nicht mehr aussehen wie ein klappbarer Mülleimer mit viel zu viel Weihnachtsbaumbeleuchtung drumherum. Und was dieses Max-Q uns nun endlich bieten, aber auch für uns bedeuten kann, das zeige ich euch am Beispiel des Asus ROGs-File. Äh, bla. Ein insgesamt feines Alu-Notebook mit allen aktuellen Anschlüssen und Kommunikationsmöglichkeiten. Bis auf Bluetooth 4.1. Und einem schön hellen, matten, 120 Hz G-Sync-Full-HD-Display. Sind wir ehrlich, alles drüber wie 4K wäre nur wieder unnötig ressourcenfressend gewesen. Apropos ressourcenfressen, Umweltschutz, äh, anderes Thema. Ach, und den Netzwerkstöpsel gibt's per mitgelieferten Adapter. Ja, auch Windows-Kisten sind inzwischen fast so adapter-lästig wie Apple. Aber, was ist das? Oh no, it's retarded. Nein, 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 nein. Die für Windows-Notebook-Verhältnisse richtig, richtig gute Tastatur sitzt. Da unten, weil da oben die ganze Technik sitzt. Denn da oben sitzt die GTX 1080 im Max-Q-Design samt Kühlung. Und die bekommt beim Aufklappen noch mehr Luft. Denn sobald ihr die Klappe aufmacht, wird das Notebook ein bisschen größer. Also genau genommen hat Asus hier doch ein bisschen geschummelt. Und aus 18mm plötzlich mehr gemacht. Aber das lohnt. Ihr bekommt dadurch viel Performance, zu der wir gleich noch kommen, bei einem ausgeklügeltem Thermaldesign. Viel Luft kann von unten angesogen werden. Und somit wird da nur maximal 40 Dezibel laut. Warum rede ich eigentlich, als wäre ich Darsteller am Hamburg Dungeon? Würde hier gerade an einer Pestbeulen-Leiche rumfummeln. Wie das klingt? So. Aber, aber, oh God, fuck. Aber deswegen gibt es auch eine Handballen-Auflage mit dazu. Ich hab meine eigene. Alles andere an Gebimsel, wie zum Beispiel RGB-Keyboard oder Holo-Nun-Pad. Der ist für uns hier erstmal nicht wichtig. Aber warum zum Fick müssen die Netzteile immer noch so fett und hässlich sein? Das ist so, als würde man sich auf wilden Sex mit einer gut aussehenden Person freuen. Und dann zieht er sie erst sich aus und alles ist voller Haare und Pickel. Uah. Du, ja. Und was bringt mir das alles? Zusammen mit i7 7700HQ und knapp 500 Gigabyte M2 SSD wird euer Schoß im doppelten Sinne heiß. Zum einen, weil die Gehäusetemperatur teilweise auf bis zu 60 Grad ansteigen kann. Und zum anderen, weil ihr jedes aktuelle Game auf Ultra in Full HD unterwegs zacken könnt. Hier. Seht selbst. Der 3D-Mark-Square liegt bei 5546 Punkten. Und bei PlayerUnknown's Battlegrounds gibt es in Full HD und in Ultra-Einstellung 50 bis 100 Bilder pro Sekunde. Zum Vergleich noch zwei weitere Gerätschaften. Erinnert ihr euch noch an den Zotec Magnus? Ah. Da gibt es mit einer Desktop 1080 6300 Punkte in 3D-Mark beziehungsweise Full HD Ultra 60 bis 100 Bilder pro Sekunde in PlayerUnknown's Battlegrounds. Öh. Und zum Vergleich noch ein aktuelles 1070 Gaming Notebook. Ein HP Omen 17W... Fuck! Was sind das für beschissene Namen? 17W211NG. Na? Ich nenne dich... Klappstulle. Mit denen gibt es 5190 Punkte bei 3D-Mark und 30 bis 90 Frames pro Sekunde bei... Puh... B... Giss. Äh... Was lernen wir bisher daraus? Richtig. Das wunderhübsche Alugehäuse immer anfällig sind für Fingerabdrücke. Oder dass ich einfach nur sehr fettige Haut habe. Oder überdurchschnittlich starke Handfeuchte. Wenn wir uns das aber mal im Detail angucken, bedeutet das, dass das Q-Max, Max-Q, Mad Max Fury Road Design in etwa zwischen einer 1070 und einer vollwertigen 1080 liegt. Also im Grunde eine 1070 Ti. Es hat die Features, die eine 1070 nicht hat, aber kommt nicht an all die Pracht einer 1080 ran. Aber so, so, so knapp dahinter. Dennoch hat man durch die neue Struktur, das heißt durch die Energieeffizienz, Vorteile wie zum Beispiel ein ultrakompaktes Design. Sinn und leicht. Das wäre alles so schön. Wenn denn nicht der verfickte Akku wäre. Heiliger Sie die Kron, Arsch. Zockt ihr mit dem Ding über Akku, was tatsächlich geht, ist nach 30 bis 45 Minuten Klappe zu. Sonst sind Surfen oder Filmgucken maximal zweieinhalb Stunden drin. Und woran liegt das? Richtig. Kompromiss, flach sein, bedeutet 50 Wattstunden Akku. Selbst der scheiß Akku meiner Kamera ist besser. Ich darf nicht so viel lachen, sonst fange ich wieder an zu sch... Witzen. Nun, zusammengefasst, habe ich euch heute aber mitgegeben, das Max-Q-Design von Entweder ist der Shit. Hör auf, immer bei sowas geil zu werden. Schade nur, dass der Spaß heftige 3000 Euro aktuell kostet und immer noch Kompromisse mitschwingen, die ihr zum Beispiel bei einem 1070 Gaming Notebook nicht habt. Und ich glaube, ich habe es jetzt zerquetscht. Wer also richtig viel Kohle für richtig viel Leistung in ultrakompakter und ultramobiler Bauweise übrig hat, der wird auch mindestens für ein Jahr der Held auf jeder Lahnparty sein. Ja. Lass deinen Kommentar da. Daumen nach oben. Abo. Kauf mal einen Merch. Ich habe gar keinen.